Shopstars – Widgets, die verkaufen Das ist Paul. Paul betreibt einen Online-Shop für Sportartikel. Er ist mächtig stolz auf die zahlreichen Besucher seines Shops, die er durch verschiedene Online-Marketing-Aktivitäten wie SEO, SIA und die Social-Media-Aktivitäten erreicht. Allerdings hat Paul nicht wirklich viel davon, denn bei den Auswertungen wird ihm klar, dass von 100 Besuchern im Durchschnitt nur drei Besucher auch bei ihm einkaufen. Das entspricht einer Konversionsrate von gerade einmal 3%. So wie Paul geht es den meisten Online-Shops. Das ist ein echtes Problem, aber nicht unlösbar. Paul möchte die 97 Besucher, die seinen Shop ohne Einkauf wieder verlassen, natürlich auch zu Kunden machen und ihm ist klar, hier kommen viele Strategien in Frage. Aber wäre es nicht schön, eine einfache Lösung für alle unterschiedlichen Anwendungsfälle zu haben? Mit Shopstars machen wir genau das. Paul kann mit Shopstars folgende Anwendungsfälle für sich entscheiden. Die Warenkorbabbrecher, die schwierige Lead-Generierung, eine niedrige Social-Media-Beteiligung ausgleichen, ebenso nicht optimale Benutzerführung oder einfach nur ein guter Support. Wir bieten Paul mehr als 10 Widgets, die für diese und ähnliche Szenarien entwickelt wurden, um Online-Shops und Websites zu besserer Konversion zu verhelfen. Ein Beispiel? Einkaufsziele setzen. Mit diesem Widget kann Paul Shopping-Ziele für seine Kunden vorschlagen, um diese zum Kauf zu motivieren, zum Beispiel mit kostenlosem Versand, einem Geschenk oder einem attraktiven Rabatt. Und das Beste? Paul kann mehrere Ziele nacheinander kombinieren. Das eröffnet ungeahnte Möglichkeiten. Ein weiteres Widget? Shopping-Deals. Jeder Online-Shop hat Produkte, die zu reduzierten Preisen angeboten werden. Warum also nicht alles zusammen mit einem Countdown für die letzte Winterkollektion anbieten? Das Widget Einkaufswagen-Countdown löst ein besonders lästiges Problem. Artikel, die man im Shop in den Einkaufswagen gelegt hat, sind nach einer gewissen Zeit einfach weg. Das Widget zeigt dem Nutzer die verbleibende Bestellzeit an und kann mit etwas Magie Sitzungen verlängern, sodass nichts verloren geht und Pauls Kunden glücklich sind. Dies sind nur drei unserer großartigen Widgets in einer Lösung. Doch sehen Sie selbst, es gibt noch mehr. Facebook Messenger Live Chat, WhatsApp Live Chat, Newsletter-Anmeldung, Nutzer-Feedback, Kontakt- und Bestellformulare und Sheriff-fähige Social-Media-Elemente. Zusätzlich können Sie wie Paul auf unsere tollen Designs zurückgreifen oder natürlich Ihr eigenes Corporate-Design einsetzen. Und das Schöne ist, die App ist wirklich einfach, findet auch Paul. Er hat den Code in weniger als einer Minute installiert. Sind Sie bereit? Dann los! Machen Sie es wie Paul. Legen Sie Shopping-Ziele für Ihre Kunden fest, damit diese mehr kaufen. Mit Shopstars. Widgets, die verkaufen.